Ja Gott, zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Baffe mit's Fluch, wo wir in Irland verweilen, in Loch Mahn und hier in, äh, Gesundheit, in Patrick's Pub bereits mit jedem gesprochen haben. Und am interessantesten ist dieser Knabe hier, denn er verheimlicht was. Er war auf der Ausgrabungsstätte, ganz sicher war er da und wir vermuten, dass hier in dem Päckchen etwas drin ist. Er war ganz, ähm, nervös, er ist es immer noch, man sieht's, wenn man von dem Edelstein spricht, der angeblich auf der Ausgrabungsstelle gefunden worden sein soll. Nun gut, ähm, wir verlassen den Pub mal. Gesundheit, das ist ja fürchterlich. Die Frage ist, wie wir weiter vorgehen, ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Schloss. Das haben wir uns nämlich noch gar nicht angeschaut, das wird hier oben sein, denke ich. Ui, wer ist das denn? Das zerfurchte Gesicht des Farmers zeigt einen Ausdruck ästhetischer Andacht. Seine Füße stecken in einem Paar mistverschmierter Stiefel. Das ist... der größte Haufen Stroh, den ich hier gesehen hab. Hinten auf dem Karren ist ein ziemlich unordentlicher Turm aus Heuballen aufgeschichtet, der sich gefährlich gegen die Burgmauer lehnt. Was kann man denn hier mitmachen? Ein bisschen Heu rausnehmen? Verschwinde, du dusseliger Volldepp! Siehst du nicht, dass die Ladung instabil ist? Ja, das kann man wohl gut sehen, ja, in der Tat. Na gut, hier vorne ist, glaube ich, das Haupttor. Die Tore bestehen aus solidem, vom alter Dunkel gewordenem Holz. Und, also ich muss jetzt nicht dafür studiert haben, um zu wissen, ja, ist da ein Vorhängerschloss dran. Selbst als ich mit aller Kraft drücke, hat das keinerlei Effekt. Sie bewegen sich einfach nicht. Ich sollte vielleicht doch mehr Sport treiben. Nee, daran liegt's nicht. Das liegt hier am Vorhängerschloss. Aber gut, ich würde sagen, mit dem Bauern hier, und es ist nicht despektierlich gemeint, sagen wir lieber mit dem Landwirt, spreche ich mal eine Runde. Hi, ich bin's wieder. Das sehe ich. Was wollen Sie diesmal? Wieso wieder? Wir haben noch gar nicht mit ihm gesprochen. Na egal. Gutes Buch? Ein Buch? Das ist eine Eintrittskarte in eine Welt der Fantasie und Imagination. Yeah, wie heißt es denn? Kreativer Regalbau für Anfänger. Die 1978er Ausgabe. Klar. Bücher können ja wirklich sowas sein, aber doch nicht so ein Buch. Was ist an Heimwerken so toll? Es gibt nichts Faszinierenderes. Das harzige Herbstaroma von abgelagertem Holz. Das rhythmische Ratschen des Hobels. Kein Wunder, dass unser Herr als Sohn eines einfachen Zimmermanns auf die Welt kam. Ich wette, er war ein wahrer Zauberer mit Stechbeitel und Kantholz. Ähm, das hatte fast was Erotisches am Anfang, aber dann ging es in diese Glaubensrichtung. Naja. Die Darstellung von Jesus' Adoptivfamilie als einfacher Handwerker ist doch sicher nur eine symbolische Metapher. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Sie Zimmerleute waren. Haben Sie das Buch nicht gelesen? Naja, nein, aber ich habe den Film gesehen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass Jesus da Regale angebracht hätte. Ich habe den Film gesehen, alles klar. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Nicht viel, tut mir leid. Das meiste Ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten Sie zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie, das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. 600 Jahre? Ja gut, aber Geschichte interessiert ihn nicht. Das hat ja nichts mit Heimwerken zu tun. Wer hat das Schloss erbaut? Matt Phelan, der erste Lord von Lochmarn. Naja, ich nenne ihn Lord, aber eigentlich war er nur ein kleiner Dorfhäuptling. Er hat dieses Schloss auf den Überresten des Templerklosters erbaut. Aha. Ich ziehe all meine Vorwürfe zurück. Der kennt sich doch besser aus. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Ihre Heuballen dazu benutze, ins Schloss zu gelangen? Was? Sie würden sich mit Sicherheit Ihren dummen Hals brechen. Glauben Sie, ich stehe hier rum und schaue mir Ihr zermatschtes Gehirn an? Ich bin ganz schrecklich vorsichtig und verspreche Ihnen, keine Schadensersatzklage an den Hals zu hängen. Sie werden überhaupt keine Gelegenheit dazu bekommen. Nicht solange ich hier bin und aufpasse. Okay, und wie kriegen wir dich hier weg? Haben Sie Dr. Pegram gesehen? Nein. Der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Glauben Sie, dass Pegrams Verschwinden mit dem Fluch zu tun hat? Schauen wir uns die Tatsachen doch mal an. Er hat den Edelstein ausgegraben. Er ist verschwunden. Bingo. Man braucht keinen Abschluss in Mathematik, um sich das auszurechnen, oder? Man muss kein schlauer Pythagoras mit einem Taschenrechner sein. Vermutlich nicht. Begram ist mit dem Edelstein abgehauen. Und genau das glaube ich nicht. Tatsächlich. Aber gut. Ich kann verstehen, dass er das glaubt. Also wenn man das so sieht, wie er das sagt, dann ist das tatsächlich auch die wahrscheinlichste Herleitung. Wo hat das Templerkloster gestanden? Genau hier. Auf dem Tempelberg. Vielen hat es direkt auf den alten Mauern gebaut. Es geht das Gerücht um, dass sich unter diesen Mauern eine alte Templerkapelle befindet? Ja. Und auf die könnte Pigrim gestoßen sein. Hat Pigrim die Kapelle entdeckt? Weiß ich nicht. Er hat seine Arbeiter zum Schweigen verpflichtet. Bitte was? Zum Schweigen verpflichtet. Das war ein bisschen komisch. Ja, die Arbeiter dürfen nichts sagen. Logisch. Was halten Sie von diesem Taschentuch? Ziemlich unansehnliches Teil, wenn man damit in der Öffentlichkeit herumwedelt. Oh, das ist Theaterschminke. Und damit ist alles gut, oder wie? Das muss ich mir merken, wenn sich mal wieder jemand darüber aufregt, wie mein Taschentuch aussieht. Bäh. Möchten Sie meine Hand schütteln? Was soll'n das? Ich halte nichts von diesem Männerfreundschaftszeug. Was halten Sie von diesem Streichholzbriefchen? Hm, sieht ziemlich gewöhnlich aus. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein. Ist das was für Schafe? Nein. Damit hebt man Kanaldeckel hoch. Echt? Wie? Das Ende des Werkzeugs passt in ein Loch im Deckel. Das würde doch rausrutschen. Die Winkel sind völlig verkehrt. Das würden Sie nie schaffen. Doch. Hab ich in Paris gemacht. Ich finde es echt interessant. Allein anhand dieses Werkzeugs die Hintergründe der Charaktere kennenzulernen. Also die handwerklichen Leute, die wissen, was das ist. Die zwei aus der Arbeiterschicht im Pub, die wussten, was das ist. Der Bauer weiß es natürlich nicht. Also es sind schon von vorne bis hinten bisher sehr gut geschriebene Charaktere. Das finde ich super. Erkennen Sie den Namen auf dieser Karte? Ich kann die kleine Schrift nicht lesen. Da steht Thomas Moerlin, grüber Elektronik. So heißen Sie also? Tommy Merlin? Nein. Aber es wäre ein toller Künstlername. Er hat, was mein Hypnoseakt in der Schule nicht hatte. Stil und Klasse. Ein paar Sekunden lang bade ich im gleißenden Licht der Scheinwerfer. Umtoast von donnerndem Applaus. Tommy Merlin, Hypnotiseur. Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch. Ich habe nur gerade an was gedacht. Innerer Monolog ohne Ende. Sehr schön. Sagt Ihnen dieses merkwürdig gedrehte Stück Draht etwas. Mach doch meine Güte. Was zum Himmels Willen wollen Sie mit so einer gemeinen Schlinge? Die gehört mir nicht. Sie gehört dem alten Mann in der Bar. Ja, ja. Natürlich. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein. Aber ich würde ihm nicht trauen. Seine Augen stehen zu eng zusammen. Ist doch nicht etwa ein Freund von Ihnen, oder? Oh nein, garantiert nicht. Um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist das Gesicht eines Killers. Hab ich doch gleich gesagt. Schweineaugen. Kann man einfach nicht trauen. Alles klar. Du erkennst Killer an den Augen. Nicht schlecht. Du solltest Profiler werden. Sagt Ihnen diese falsche Nase etwas? Sie sind ein Zirkus-Clown. Nein. Aber ich habe sie von jemandem, der sich als Clown verkleidet hat. Tatsächlich? Warum hat er das bloß gemacht? Er ist ein psychopathischer Killer. Ich denke, er hat was mit Pegrams Verschwinden zu tun. Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Wie kommen Sie auf die Idee? Um Himmels Willen. Nein. Okay. Ich muss jetzt gehen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir kommen hier gar nicht hoch. Also es ist offensichtlich, dass wir hier hochklettern müssen, um über die Schlosswand rüber zu kommen. Wir müssen den irgendwie ablenken. Gleich mit einem guten Buch. Aber wir haben kein Buch. Und deswegen. Tja, wir werden jetzt wie immer, wenn wir nichts haben, was hilft, werden wir erstmal nochmal mit allen sprechen, würde ich sagen. Und schauen, ob es neue Dialogationen gibt. Hey, McQuire. Was? Es gibt tatsächlich welche. In der Zeitung habe ich gelesen, dass Pegram einen sagenumwobenen Edelstein gefunden hat. Bingo. Haben in Loch Mahn alle drüber geredet. Eine ganze Woche lang. Du hast den Edelstein nicht zufälligerweise gesehen? Scheiße, nein. Ich denke, Pegram ist damit abgehauen. Ich an seiner Stelle. Ich würde nach Amsterdam gehen. Das Ding zerlegen lassen und dann verkaufen. Der könnte auch wie Rockefeller leben, statt Löcher zu buddeln. Das denkt hier irgendwie jeder, dass der Pegram mit dem Edelstein weg ist. Bist du sicher, dass Fitzgerald bei der Grabung gearbeitet hat? Wieso? Natürlich hat er das. Würde ich sie anlügen? Naja, er sagt nein. Ich habe sie doch erst gestern Nacht zusammen gesehen. Warum hast du mir das nicht früher erzählt? Was haben sie gemacht? Pegram hat Fitzy eine Schachtel gegeben. Sah davon nicht besonders begeistert aus. Habe ich also recht gehabt. Aber wie kann ich ihn überreden, mir das Ding zu geben? Brechen Sie ihm die Flossen. Das könnte ich nie tun. Ich schon. Danke für das Angebot, aber ich versuche doch lieber eine subtilere Methode. Chinesische Wasserfolter? Okay, aber Pegram hat die Schachtel Fitzgerald gegeben. Pegram hat also den Diamant weggegeben. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum sollte er das tun? Weißt du, wo ich Fitzgerald finden könnte? Er ist drinnen. Aber sie werden nichts Vernünftiges aus ihm rauskriegen. Wieso? Ist er betrunken? Schlottert vor Angst wie ein Lämmerschwanz. Total abgefatzte Nerven. Der Typ hat vor seinem eigenen Schatten Angst. Wovor fürchtet sich Fitzgerald denn so? Vor allem und jedem. Dann sollte es ja nicht allzu schwer sein, ihn zum Reden zu bringen. Könnte sein, aber man darf es nicht übertreiben. Versuchen Sie es auf die sanfte Tour. Schmieren Sie ihm Honig ums Maul. Okay. Bis später dann. Okay, Mister. Das ist ja vielleicht ein Hinweis. Ich vermute, wir können jetzt mit Fitzgerald widersprechen. Gesundheit. Sorry. Das ist so antrainiert, wenn jemand niest. So, dann reden wir wieder mit ihm hier. Hallo. McGuire sagt, er hat sie an der Ausgrabung gesehen. Und noch mehr. Er hat gesehen, wie sie mit Pegrim geredet haben. Na? Dieses kleine Lügenmaul. Der würde doch alles sagen, damit man auf ihn aufmerksam wird. Naja, dann steht wohl Ihr Wort gegen seins. Hm. Bis später. Okay, das hat uns jetzt nicht sehr viel weitergebracht. Wir reden hier mal weiter. Entschuldigung, Mister O'Brien? Hallo, was jetzt? Okay. Oh, nichts. Kann man eigentlich mit dem Geiger auch hin? Er hört nicht zu. Ja, denke ich mir. Hey. Und hallo, Mister. Servus. Haben Sie jemals Sean Fitzgerald an der Grabungsstelle gesehen? Mal sehen. Ich glaube, mein Gehirnkasten braucht ein bisschen Schmierung. Ja, ist klar. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Aber immer doch. Geben Sie mir einen Drink für meinen Freund hier. Wer? Doyle? Hatte Sie belabert, ihm einen auszugeben? Schämlich, Patrick. Nochmal dasselbe? Diesmal nur ein Pint, Michael. Ein Pint, braune Suppe, sofort. So. Und jetzt sagt er uns, dass er nichts gesehen hat, wahrscheinlich. Erinnern Sie sich jetzt an Sean Fitzgerald? Ja, ich sehe die Szene vor mir, als wäre es erst letzte Woche gewesen. Wenn ich es mir genau überlege, dann war es auch erst letzte Woche. Oh ja. Und ob Fitzgerald da war. Er und so ein Trupp Studenten. Er hat mit dem Oberboss palabert. Okay, jetzt haben wir schon zwei Personen, die das sagen. Dann mein Schiss. Werden wir ihn nochmal konfrontieren. Wir lassen uns hier nicht für dumm verkaufen. Aber du musst nicht so nervös sein. Vielleicht können wir auch helfen irgendwie. Hallo. Also offensichtlich hat er ja vor was Angst. Doyle sagte mir, dass Sie definitiv bei der Ausgrabung mitgearbeitet haben. Er hat sie dort gesehen. Sie können es also ruhig zugeben. Ich habe aber auch ein Pech. Müssen mich doch ein Krimineller und ein Idiot finden. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Was meinen Sie damit? Ist er in Gefahr? Yeah. Und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Ja, mein Gott. Deswegen bist du so nervös? Wir sind nicht vom Sozialamt. Nein, nein. Was hat Pegram in der Burg gefunden? Den Eingang zu einer unterirdischen Kammer. War voll mit Erde und Schutt. Und wir haben sie für Pegram ausgegraben. Wir haben einen geheimen Raum entdeckt. Eine verborgene Kapelle. Ja, und da müssen wir rein. Aber das bringt uns wieder zu den Heuhaufen, die noch nicht begehbar sind. Hat Pegram den Edelstein im Altarraum gefunden? Weiß ich nicht. Wir mussten rausgehen und er hat uns nicht gesagt, warum. Eine halbe Stunde später ist er dann auch wieder hochgekommen. Der Mann war weiß wie ein Leinentuch. Er hat die Ausgrabung zugemacht und die Burg abgeschlossen. Er hat uns alle weggeschickt. Das hört sich an, als ob Pegram etwas mehr als nur den Edelstein gefunden hätte. Ja, in der Tat. Und irgendwas, was ihm Angst gemacht hat? Oder was dafür gesorgt hat, dass er sofort abbricht. Also wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht, wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen. Ganz früh. Sagte er, würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquis oder so. Marquis? Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als sie sich ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich traue mich nicht. Tja, wir bohren mal weiter. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris. Jacques Marquis. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquis übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Marquis. Den hat er aber selber nicht gesehen, oder? Also, weil wir haben ihm ja das Foto gezeigt. Ich mache es nochmal. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich ganz sicher nicht. Okay. Ich werde mich um diesen Jacques Marquis kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Maren Edelstein gehört. Jetzt bleibt doch hier. Was zum... Hey, ich habe gerade einen großen, roten... Raus hier, Maguire. Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer, roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier. Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Im Zweifel wir. Hallo? Komplett unterlassene Hilfeleistung? Seid ja wahnsinnig. Gehen natürlich sofort raus. Ja, vielleicht hat er schon so viel Quatsch erzählt, dass... Wo ist er denn? Ich habe die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und habe nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen, roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Geh rüber und will ein bisschen mehr kommen. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Papp geschlossen und reißt mich fast um. Egal. Er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es kommt so schnell für den Arm halten, Fitzy. Es sind tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Er war wie ein verdammter Leprechon-Kobold angezogen. Wie ein Kobold? Nicht wie ein Clown? Ja, aber wir sehen ein Muster. Denn das muss der verkleidete Killer gewesen sein. Wir sehen auch ein anderes Muster. Das sagte ich vorher schon mal. Das ist leider, leider in der Ursprungsversion ist die Tonregie nicht optimal. Ich glaube, dass das an der deutschen Version liegt. Man hat die Sprachausgabe jetzt nicht ganz so gut gehört. Aber ich denke, es ist klar, was passiert ist. Das war ja ein vorsätzlicher Unfall. Der hat gelauert und ihn überfahren und dann entführt. Und es war ein bisschen drastischer, das Video. Die Videosequenz. Ihr habt das Blut gesehen. Das ist übrigens so eine Stelle im Directors Cut. Ist das geschnitten? Warum auch immer. Ich finde es Quatsch. Weil natürlich, also eine blutige Nase bei so einem Unfall ist ja das Mindeste. Eigentlich wird wahrscheinlich noch mehr bluten. Naja, gut. Ähm, wir versuchen mal mehr rauszubekommen. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich hab nix gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so ne blöde Maske getragen. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Okay. Bis später dann. Okay, Mister. Es ist natürlich sehr erschreckend, dass von drinnen keiner hilft. Aber, tja. Jetzt werden Sie es eh nicht mehr glauben, weil hier ist ja nichts zu sehen. Das Einzige, was sich verändert hat, ist das hier. Das Auto des Leprechons hat die Plastikabdeckung zerbrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Ja, dann, äh. Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Habe ich den jetzt? Nö. Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die frühere Stellung zu bringen. Das ist doof. Naja gut, gehen wir wieder rein. Und teilen den Leuten mit, dass wirklich was passiert ist, würde ich sagen. Schmeckt das Bier? Ja. Während draußen jemand entführt wird. Entschuldigung, Mr. O'Brien? Hallo, was jetzt? Der Junge hat mir erzählt, dass Fitzgerald von dem Auto weggebracht wurde, das ihn überfahren hat. Maguire erfindet immer wilde Geschichten. Ich weiß wirklich nicht, wo der die immer her hat. Fernsehen nehme ich an. Comics. Wenn ich sie wäre, würde ich alles, was er von sich gibt, mit reichlich Vorsicht genießen. In dem Fall wird es aber mit Sicherheit die Wahrheit sein. Maguires Geschichte über das Auto klang mir sehr plausibel. Er sagt, der Fahrer war wie ein Leprechaun-Kobold angezogen. Der Junge hat nichts als Flausen im Kopf. In dem Moment, wo du sowas sagst, klingt es natürlich für andere nicht plausibel, George. Also dann, bis später. Sprechen wir noch mit ihm. Hey. Und hallo, Mr. O'Brien. Was wissen Sie über Kobolde, Doyle? Kobolde? Reden Sie über die Leprechauns? Das kleine Volk? Klar. Eine Cousine von mir hat einen davon geheiratet. Oh, bitte, soll ich Ihnen das echt abnehmen? Ich sag die Wahrheit, sag ich. Sie ist in einem Feenring eingeschlafen, wissen Sie? Und als sie aufwacht, da war er da, der kleine Kerl. Ganz in grün. Ja, ist klar. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Cousine und den Kobold. Oh, nein. Also, Mary war sprachlos. Ganz besonders, als der Leprechaun-Kobold sie angesprochen hat. Heirate mich, mein Liebling, sagt er. Und dir wird es nie an Reichtum mangeln. Okay, sagt sie. Und er streift dir einen Ring aus Gänseblümchen über den Finger. Amen. So. Und das ist er. Der Beweis, dass das kleine Volk existiert. Das ist kein Beweis. Dafür gibt es nur Ihr Wort. Gar nicht wahr. Im nächsten Frühjahr hat sie ein kleines Baby gekriegt. Hat sich das Versprechen des Kobolds Asfar erwiesen? Was für ein Versprechen denn? Dass sie für immer reich sein würde. Nein, das ist das Seltsame daran. Sie ist reich geworden. Ich dachte, sie lebt von der Fürsorge, Pat. Das stimmt, Mr. O'Brien. Aber es gibt Reichtum und Reichtum. Sie hat es mir gesagt. Pat, sagte sie, der kleine Junge ist der größte Schatz, den es für mich auf dieser Welt gibt. Oh, wie romantisch. Dann mal Tschüss. Genau. Oh, ich seh grad, wir haben ja unser Ehe gar nicht getrunken. Oh, weia. Komm, trink leer. Noch einen Schluck. Irgendwie schaffe ich es, das dicke, süße Gebräu runterzuschlucken. Ich fühle den seltsamen Drang, Nachschub zu ordern, obwohl mich mein Instinkt davor warnt. Irgendwie schaffe ich... Okay, dem Glas kann man leider nicht viel machen. Okay, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich auch mit den beiden nochmal sprechen. Vielleicht wird da ja einer wach, dass da draußen ein Verbrechen passiert ist. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao. Und Gesundheit.